Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Eon Vorwort von John MacArthur In antiken biblischen Kulturen hatte jeder Vater die selbstverständliche und heilige Pflicht, seine Söhne in die Rolle der Männlichkeit einzuführen. Er erfüllte diese Aufgabe, indem er sie Weisheit lehrte, sie in den Dingen des Lebens unterwies, sie auf die Grundsätze des Erwachsenenseins vorbereitete und sie in die Wege der Wahrheit und Gerechtigkeit einwies. Diese Art des väterlichen Trainings finden wir exemplarisch im alttestamentlichen Buch der Sprüche. Väterliche und geistliche Weisheit, eingebunden in prägnante, einprägsame Aussprüche, die leicht anwendbar, vollkommen praxisorientiert und zutiefst weise sind. In jener Zeit begann für die Kinder die Welt des Erwachsenseins mit all ihren Verantwortlichkeiten zu einem viel früheren Zeitpunkt, als es in zeitgenössischen westlichen Kulturen heutzutage der Fall ist. Es gab kein Konzept von Jugend, dieser schwierigen Phase von in die Länge gezogener Unreife und Rebellion, in der, davon geht man aus, die heutigen jungen Leute für mehrere Jahre nach ihrer Pubertät herumdümpeln. In biblischen Zeiten erreichte man das Erwachsensein früher. Dieses Muster reflektiert noch heute der jüdische Brauch Bar Mitzvah, bei dem im Alter von 13 Jahren Jungen zu Söhne der Weisungen werden und der Form nach als Erwachsene angesehen werden. Dieselbe Herangehensweise können wir auch in der Entwicklung von Christus zum Mann sehen. Die einzige Erwähnung von Jesu Teenagerzeit ist der Vers, der uns sagt, dass er zunahm an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Lukas 2, Vers 52 Er zeigte beständiges Wachstum an Männlichkeit. Er wurde von diesem Ziel nicht abgehalten oder abgelenkt durch irgendwelche typischen Zerstreuungen und Ablenkungen der Jugend. In völligem Kontrast zum biblischen Muster werden in unserer Kultur und Zeit bei den jungen Männern Charakteristika des Erwachsenseins wie Rebellion, Depression und chronischer Zynismus immer früher sichtbar und sie verharren in dieser Unreife immer länger. Einige, so scheint es, werden nie zu wahren Männern. Tatsächlich werden viele zu Vätern, ohne erwachsen geworden zu sein. Kein Wunder, permanente Jugend wird in praktisch allen populären Unterhaltungssendungen und in der Werbung unermüdlich romantisiert und schamlos angepriesen. Der Männlichkeit an sich wird stark entgegengetreten, während die fundamentalen Werte der Gesellschaft mehr und mehr verweiblicht werden. Solche Entwicklungen haben eine wahre Epidemie an vaterlosen Häusern und unverantwortlichen 30-plus-Männern hervorgebracht. Zahllose junge Männer sind von Unterhaltung abhängig und leben in einer Kultur, die bereits in hohem Maße von Filmen, Videospielen und Fantasy-Rollenspielen geformt wurde. So ist es denn auch nicht verwunderlich, wenn wahre Männer so selten vorzufinden sind. Nie war der Bedarf an weisen und gewissenhaften Vätern größer. Viele Menschen haben diese kulturelle Verschiebung bemerkt, darunter natürlich auch einige christliche Leiter. Evangelikale Versuche, diesem Rückgang an Männlichkeit zu begegnen, mündeten in zwei Gegensätze. Die eine Seite will feministische Werte in der Kirche übernehmen. Die andere Seite fördert eine völlige Zeichentrick-Karikatur der Männlichkeit. Eine höchst populäre Herangehensweise besteht darin, Männer zu ermutigen, ihre Rollenvorbilder in Fantasiecharakteren zu suchen. Der Fakt, dass evangelikale Leiter und Bestseller-Autoren diese unbiblischen Vorschläge ebenfalls propagieren, ist natürlich ein Teil des Problems. Byron Yorn hat einen wesentlich besseren Vorschlag. Er fängt damit an, darauf zu hören, was die Schrift zum Thema Männlichkeit zu sagen hat. Damit die Schrift unsere Werte formen kann. Ebenso unsere Sicht auf die Männlichkeit und unseren Lebensstil als wahre Männer und wahre Jünger Christi. Insbesondere arbeitet Pastor Yorn heraus, dass das Wesen der perfekten Männlichkeit kein erfundener Charakter aus einem Gladiatorenfilm ist. Kein weicher, geschlechtsloser Trendsetter mit übertrieben postmoderner Sensibilität. Und kein herumschreiender Tyrann, der Einschüchterung mit Autorität verwechselt. Der Archetypus und Inbegriff für alles, was ein reifer Mann sein sollte, ist Jesus Christus. Das ist exakt das, was Epheser 4, Vers 13 sagt. Dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Genau das sind das Thema und die zentrale Lektion in diesem Buch. Pastor Yorn hat viel und sorgfältig darüber nachgedacht, wie Männlichkeit in der Schrift dargestellt wird. Er schreibt eindringlich, gerade heraus, unwiderstehlich, darüber, was es heißt, ein Mann zu sein. Wie Väter ihre Söhne darauf hintrainieren können, wahre Männer zu sein und wie Söhne ihre Väter in wirklich männlicher Weise ehren können. Das ist eine erfrischende, herausfordernde, fesselnde und, was am besten ist, biblische Studie über ein Thema, das so oft übersehen, schlecht gehandhabt oder nur durch die Kulturbrille gesehen wird, statt unter der Berücksichtigung von biblischen Werten. Byron Yorn begeht diesen Fehler nicht. Das Ergebnis ist ein Buch, das Väter wie Söhne gleichermaßen schätzen werden. Das Ergebnis ist ein Buch, das ist ein Buch. Das Ergebnis ist ein Buch. Untertitelung des ZDF, 2020